So, hello, hello und willkommen zu einer neuen Folge Mikro Battle und Flo steht schon hinter mir. Wer Mikro Battle nicht kennt, checkt die letzte Folge ab. Es gibt nämlich schon zwei Folgen und im Mikro Battle ist praktisch so übelst geil. Es gibt einen Such, der ist so richtig groß, der gibt sich mäuselig und so, ist richtig geil. Und dann fangen wir gleich an. Okay, Flo fängt an zu zählen dann. Okay, Flo. Flo, doch war raus. Flo, du musst zählen. Flo, ich zähle. Okay. Okay, okay, Flo zählt. Zwei. Okay, okay. Drei. Okay, erst mal irgendwie stecken. Vier. Fünf. So, steh schon nach oben. Sechs. Sieben. Acht. Oh nein. Oh nein. Flo kann ich zehn, Flo kann ich zehn. 9,97. Elf. Zehn, ich komme. Sieht man mich hier? Vielleicht sieht man mich. Hier ist wieder der Grill. Warte, ich, warte, okay, ich gebe wieder hoch. Reingehen. Oh nein, ich kann hier reingehen. Ich bin der Flo. Mega cool. Ich mag Melonen. Oh, oh, oh. Oh, wer ist das? Nee. Ich will hier nicht kämpfen. Kämpf ist langweilig. Kämpf ist für Anschluss. Kämpf ist langweilig. Ich möchte nur kurz gucken, weil ich bin hier in diesem coolen Gaming, äh, nicht Gaming. Warte, ich komme mal zu dir, Tops. Ich bin nicht, ich bin nicht beim Gaming-Games, Flo. Das war ein Witz. Lol, ist so eine Dusche und so ein Badezimmer. Ja. Jetzt bin ich mehr unten. Du was beim Gaming-Zimmer gerade noch? Oh, komm mal zum Gaming-Zimmer. Oh nein, 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 nein. Oh, oh. Du bist so? Oh, lol, ich bin hier auf jeden Fall. Ich bin so ein Kasten hier. Hey, habt irgendjemand von eurem Gesicht auf Flo? Oh, 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 lol. Wo bin ich? Flo, komm mal die Tür, komm mal die Tür raus. Hast du mich nicht gesehen, Flo? Komm mal nochmal ins Wohnzimmer. Wo seid ihr? Ich bin hier, Flo. Siehst du mich nicht? Oder habt ihr den Block abgebaut, dass du uns nicht beim Meer? Äh, keine Ahnung, ich bin kein Block abgebaut. Okay, ähm. Wo seid ihr? Äh, wie geht's? Oh, ich hab ihn gesehen. Oh, du war bei, ja. Ich hab ihn gesehen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Ah! Wo bist du? Los, 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 los. Nein! Oh mein Gott, nein. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh Gott, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Au! Okay, erst ich. Wer macht das? Ja, oh mein Gott. Er hat mich einmal geschlagen. Er hat mich einmal geschlagen. Oh, oh, oh. das ist so hart nur p versteckt hier findet man ja vermutet man auch niemand okay dass wir auch nicht den großen gang nicht die großen gang hochgehen mit der waffe in den gang ins wasser springen springen fluss und uns ich bin zwar spiel ich bin im eingang ich bin mal eingangs unter fernseher ich bin unter fernseher das mal das mal oben und dacht wer ist das ist das ich bin dann bin ich richtig schön von hier bloß im flussig so schlecht ist ich habe noch ich habe noch es ist das ist der effekt von generell von entmen dass er so stark ist ich bin zu oh mein gott ist richtig erwartung warte kurz ich trinke kurze milch ich habe jetzt keine effekt mehr ich mache jetzt und ich mache jetzt so oft das bist du nicht machen jetzt kannst du ein page machen weil ich probiert das auf den sprung ja und er hat definitiv ich bin dann kann man zum wohnzimmer ich will die gang sogar desto hier drin oder ich habe ich habe mit dem stock ich zeig den geheimtrick daraus gelandt daraus gelandt hallo ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung ich gehe unten hin ich habe eine vermutung wo er ist da gibt es nämlich wirklich nicht naja ich wurde schon oh mein gott soll kann man darauf wo bist du ich glaube ich habe auf dein abdome komm her komm er ist doch hier gewesen wenn der krieg mental zusammenbruch ja doch nichts da ist es da ist es wo ist es denn schlagt du mich denn nicht ich bin jetzt in der küche oh god julian warte mal schnell hä hä nein ich bin einmal kittet worden nein 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 wo ist er denn nicht ich sitz ich bin ja hast du keinen mit der maus bist du keinen mein ich sie ich dann ich habe ich einfach locker ich würde sagen ich würde sagen eine gewisse junge dame 246 was ich glaube ich kann ich glaube ich könnte schon kommen ich muss mich rauskommen so wo seid ihr denn mein linker linker platz ist der ich wünsche mir die ronja wo bist du denn? bist du oben im bad? ja bin ich da ist einer! wo bist du denn? ich bin im gang ja ein bisschen wenn man hier runter geht es müssen ja wer ist das? du kommst hier nicht rein? hier warte 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 auch hier nein nicht dir geh auf die couch ist ja schade ne? ja auf die couch ja und dann hier rüber und jetzt hier geht es rüber nein oh mein gott lau 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 da kommt man nicht rein wo ich bin du willst mich nicht rein! oh mein gott lau 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 ohi Ich glaube du hast vergessen den Knopf zu drücken gerade so an. Ups. Ich habe mich noch gedrückt. Nuno hat keine Power. Nuno hat keine Superkräfte. Ah, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Ich die meinen ultimativen. Du bist vorhin ein paar Mal mir vorbeigelaufen. Bist du da? Ah! Warte. Warte. Komm her, komm her. Nein, wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Warte, dann kann man rein. Wo denn? Wo denn? Warte, wie komme ich hier rein? Was seid ihr denn? Ich komme. Du musst einfach durchgehen. Oh, oh. Ey. Das ist so hart OP. Das ist ja... Wo bist du denn hin? Das ist ja fast wie Schummel, ne? Wo bist du denn? Fast wie Schummel. Ich bin an einer bestimmten Stelle gewesen, Flo. Und woraus? Ja, sag's doch. Wo kommen wir auch zu dir? Wir waren im Bärenfeld. Wo bist du denn hin? Wo bist du denn hin? Ich sehe dich gar nicht. Oha. Alter, ist das ein heftiges Versteck. Ich treffe dich nicht. Nein. Nein. Ah. Oh mein Gott. Ich bin so los. Ich sehe euch nicht so. Ich kann dich treffen. Oh mein Gott. Ich bin jetzt... Ich bin sehr laut. Ich bin sehr laut. Ich bin sehr laut. Ich bin sehr laut. Ja, was macht ihr? Ja. Ist so in eurer Freizeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht ihr in eurer Freizeit? Was sagt ihr denn? Was sagt ihr denn? Ich sehe ich nicht. Ich bin oben beim Gaming Raum. Ich bin beim Computer. Probier den Computer zu hacken. So funktioniert ein Checking. Warte mal. Den du in den Computer reingraxtest. Ich bin Hacker. Ja, ich hacke... Ich hacke... Der ist ja da. Ah! 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 Du bist so... Tops? Wo? Hin? Hey, Tudeus? Äh... Wo sind sie sich auf? Ah... Ronja, ich wette mich gerade in der Küche auf. Äh... Oh mein Gott. Sprinte nicht! Oh mein Gott. Tops. Ah! Oh mein Gott! Das ist Flo! Ey, wenn du einmal... Wenn du einmal sprintest, bist du in und draußen übersteckt hier. Oh was? Eine ganz obere Etage? Hier war ich noch nie. Echt? Ronja, Ronja... Ich habe immer noch eine Zwei Etage. Lass mal alle nach ganz oben. Oh mein Gott. Junip weiß ja nicht, wie man da hochkommt. Ja, lass mal alle nach ganz oben. Ja, aufs Dach. Das ist ja crazy! Ronja, wo bist du? Das ist ja crazy! Ronja, wo bist du denn? Ronja, wo bist du denn? Warte, ich komme mal hoch. Achso, ich dachte, du bist doch noch ein Verstecker! Ey! Oh! Was? Es hobst nur wir beide, oder? Es hobst nur wir beide, oder? Es hobst nur wir beide, oder? Es ist nur noch wir beide. Ich schiebe mit, aber es ist gegen mich! Warte, kann man ja auf die Uhr? Oh, ich hab's! Nein! Ich weiß, da ist jemand drin. Ich spür das! Ja! Oh nein, Julian! Okay, ich werde mich aber nicht finden jetzt. Okay, wo ist er? Wo ist er? Ihr werdet mich nicht finden! Wir werden dich finden, doch! Okay, okay! Nein! Jetzt geht's los! In welcher Etage bist du? In der ersten, zweiten oder neu erkunden, in der dritten? Im Keller! Du bist im Keller, doch! Ich weiß, wo der Keller ist! Okay, so! Oder doch! Ich weiß, wo der Keller ist! Dieser Keller ist hier! Ist wer am Dach irgendwie? Nein! Nein, oder? Ja, ne, oder? Ich versuche die ganze Dinge, wo hinzukommen, aber das ist so schwer hier mit dem Jump Run zu schaffen! Ah, das ist ja schade! Jump Run! Bist du beim Trampolin? Ah, das ist so schwer hier! Ja, Trampolin! Nee, Trampolin, die ist echt geil! Trampolin! Ach, beim Trampolin! Der Trampolin! Der Trampolin, johmai! Der Trampolin, johmai! Der Trampolin, das braucht ganz gute Mauern! Mauern? Warte mal, ich hab so ne kleine Idee, wo es sein könnte! Ich hab Jürgen gefunden! Jürgen, suchertopf! Ich hab Jürgen gefunden! Ja, Jürgen ist richtig! Wo ist der Flo? Wenn ihr im dritten Stock kommt, solltet ihr mich sehen! Dritten Stock? 1, 2, 3, 4, 5! Ich arbeite mir jetzt High Ground! Vielleicht ist er bei den Lampen irgendwo? Äh... Wo ist er denn? In einer Lampe? Oh, ich hab gedacht... Oh nein! Komm mal her! Ich dachte für den Anfang... Tupst du mich nicht! Das Ding ist, dass das Flo... Oh lol! Kommt ihr rein? Ich sag nicht wer! Irgendjemand vorhin, ich war grad einen halben Block neben mir! Hä? War er hier wahrscheinlich? Hier vielleicht? Ohhhhhhh! Armin! Er ist einfach da oben! Hahahaha! Wie sieh fuh? Wieso kann ich denn nicht runter?! Hahahaha! Ich kann dir nicht runter! Du musst du hast, dein Dings ist... Dein Ding ist die, dein Ding ist die, dein Ding ist die... Meine Dings ist der... Deine Rüstung ist kaputt fast! Hahahaha! Cool, danke Jürgen! Ah! Er ist bei dir im Raum! Oh! Hahahaha! Ich sehe irgendwo! Ich.. Ich.. ich sage auch da ganz will er tanzt die treppe hier ist so richtig schwer zu machen dieser ist wieder hochgangen ich sage ich bin mir immer alle man kann hier in die kreis oder wo bist du ein besen besen ein bisschen Ich hab ihn, ich hab ihn! Ich hab ihn! Jo! Ciao!